Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Lama-Rama mit der... Oh Gott, Juju. Hast du es gesehen? Oh Gott, Fabi. Nein, nein, hast du es gesehen? Achso, ich dachte, das war meine Antwort. Nein, nein, hast du den hinter dir? Ja, ja, ich habe mich gerade umgezogen. Hey, lass kuscheln. Komm, komm, lass kuscheln. Komm mal, der ist voll lieb. Der ist nicht lieb. Der würde dich umbringen, wenn du ihn haust. Wo ist der hin? Ich dachte, der... Hast du ihn angeguckt, oder? Ja, ich dachte, ja, aber guck, er guckt ja nicht, also habe ich ihn nicht angeguckt. Aber man hört das überall, dieses Geräusch. Oh Gott. Boah, das ist laut. Ich gehe hier weg. Nein, bleib bei mir bitte. Nein, Nicole. Du hast Angst. Ich bin am sterben und du kommst... Mann, du bist ein Mann. Komm, wir gehen in... Ich hole mal unsere Betten. Wir müssen jetzt ja langsam in das Haus umziehen. Yay, umziehen. Wir haben zwar noch keinen Stock, in dem wir wohnen, aber wir können die Betten schon mal oben aufs Dach legen. Hol schon mal deinen Schlafsack. Hey. Ich habe meine Güte schon. Guck mal, der kommt nicht. Ja, ne? Ich glaube, der mag ihn nicht. Toll, du hast es geschafft. Selbst Endermans wollen dich nicht ärgern. Endermans? Ja. Endermans. Was ist denn die Mehrzahl von Man? Mean. Endermans. Gibt's keine Männer. Ja, von Man ist es ja Mean. Quasi. Ja, aber es gibt keine Mehrzahl von Endermans. Okay. Oder die Endermänner. Oh, ich habe Hunger, sehe ich gerade. Hm, verdammt. Ich habe Essen 41. Was? Ja, ich habe was für dich gekocht. Ja, dann... Oh, super. Komm schnell her hinter diesen Spinnen. Naja, wir backen. Ja. Schnell, komm hierher. Nichts kann. Aber die Spinne hat... Außer diese Tür. Diese Spinne hat locker gelassen. Locker gelassen? Hat loslassen, heißt es. Nee, locker gelassen. Wir folglich ja nicht mehr. Doch, klar ist das so. Gib mir Essen. Gib mir Recht. Wie Recht? Gib mir... Was soll's? Hier, Recht. Das war meine... Doch, das war meine Rechte. Nein. Das ist kein Essen. Der Propeller. Oh, Kartoffelteller. Äh, Peller. Oh nein, jetzt habe ich dir alle 41 gegeben. Nein. Okay. Ähm, wo wollen wir schlafen? Ich kann dir zeigen, wo wir schlafen. Also, wo quasi bauen wir das Schlafzimmer hin? In den Bereich hier? Hier hin. Echt? Dann hat man von ihr aus eine richtig schöne Sicht auf das Ort. Okay. Kannst du nicht? Guck, wenn man dann hier... Ich überlege, ob wir es nicht ein zweiter... Wir müssen nicht dein Bett noch ein zweiter nach hier drüben setzen. Das wäre hier quasi noch ein... Dann könnten wir so... Ähm... Aber weißt du, wie ich meine? Wart doch ein ganz schön aus. Dann können wir hier quasi noch so Kies und hier dann diese halb... Näh, nicht Kies, also mit Holz dann dann diese Halbblöcke noch hinzusetzen da nehmen. Genau, ich würde halt direkt daneben würde ich zwei hoch machen. Wie? Nee, direkt daneben zwei hoch und genau andersrum, wie du es jetzt hast. Ja, aber du hast gesagt... Also... Nein, 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 habe ich gar nicht gesagt. Also so hier. Ja. Und dann so. Kannst du dich mal entscheiden? Ich habe das die ganze Zeit so gesagt. Du hast gesagt genau andersrum. Für mich ist genau andersrum das... Park, 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 park. So. Hey, lassen wir das. Wieso bist du nicht runtergefallen? Weil ich taff bin. Du bist taff. So. Du bist. Machen wir hier Steine schon mal hin. Guck mal. Habe ich gefunden. Was denn? Was ist denn das? Hier. Larpis. Oh Gott, ist das viel. Warum haben wir so viel Larpis? Habe ich gefunden. Habe ich doch gesagt. Wow, cool. Das habe ich schon verfolgen. Okay, also wir brauchen für unser Zimmer... Holz. Holz und Stein. Also Stein für die Umrandung. Und Holz fürs Dach. So ist das immer eine Wand. Ich mache mich auf Holzsuche. Du hast auch so eine Wand. Steinsuche. Okay. Dann hole ich Holz. Darf ich mich einfach hier in die Höhle putzen? Weil die ist ziemlich schön. Das kannst du machen, ja. Kannst du mir ganz fix hier noch kurz Fackeln herbringen. Moment. Wäre die sehr verboten sind. Habe ich schon gemacht. Hast du es mir reingebauten? Ja. Oh, danke schön. Jetzt sind Fackeln rein. Brauchst du mehr? Genau. Mir reicht die eine, sicher. Die Höhle ist nicht tief. Aber erst mal beschweren, ja. Ja, Eisen haben wir aber echt viel. Ich darf es. Ich habe Eise gefunden. Du stolz hast mich. Toll da 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 da. Zu wenigstens. Was war das denn? Was ist passiert? Ich glaube, die Höhle geht noch ein bisschen weiter. Fabi, ich habe nichts zum Hochbauen. Moment, was hast du gemacht? Ich bin durch die Loch gefallen. Also ich habe es selbst gebuddelt. Aber wo? Ja, hier in diesem großen... Au. Ja, hier ist ein Skelett-Moment. Ich sehe deine... Ich sehe deinen... Ach, da bist du. Ich sehe es, ja. Hier unten. Hier runter. Da, genau. Hier. Durchs Loch gucken. Hier. Siehst du? Genau. Hier. Ich bin da durchgefangen. Ja. Weil ich das selbst gebuddelt habe. Ja, ist schade für dich. Okay, hier und das Eisen. Okay, cool. Und du hast... Oh. Und das ist Kies. Wow, Kies. Nein, noch mehr Eisen. Noch mehr Eisen. Ich werde eisenreich. Juju gründe das Eisenreich. Eine Mine. Echt? Oder in den Dungeon. Ja, komm mit runter. Machst du gutes Mittel und komm mit runter. Aber... Aber, aber... Außer ich gehe alleine in den Dungeon. Ich komme ja schon. Soll ich alleine in den Dungeon? Nein, dann stirbst du nur. Kannst du eine Kiste mit, bitte. Ich habe sie nicht. Komm einfach runter. Komm, spring. Nein, ich baue einen Weg runter. Nee. Komm. So schlau war ich nicht, du. Hey. Au. Was denn? Wo war ich gestanden? Passiert. Du hast das gerade voll auf... Ah. Fertig. Passiert. Ja, was machst du? Ich baue eine Treppe. Wir müssen ja wieder hochkommen. Ja, weißt du, dann mach es doch schlauer. Mach es doch schlauer. Sag du die Frau, die runtergefallen ist. Oh. Wie gut. Jo, guck mal. Hier. Ey. Das war jetzt echt mies. Was habe ich gemacht? Du hast gesagt. Sag dir die Frau, die runtergefallen ist. Ja, aber du bist doch... Das ist doch nicht mies. Das ist doch genau das, was passiert ist. Ja, aber du musst es ja nicht so verdeutlichen nochmal. Und wo ist jetzt hier der Dungeon? Komm zu. Komm mit mir. Nee, ich habe dich eigentlich nur in meine Höhle verlockt. Ähm, ja. Nee. Komm. Aber hier ist sehr viel Eisen, das stimmt. Komm. 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 Jetzt guck mal da runter und dann guck da an. Tada. Was soll ich da unten hingucken? Wir sind ziemlich weit unten. Aber komm langsam. Weiß ich nicht, aber guck jetzt weit unten. Okay. Also komm, lass uns hier ein bisschen. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Guck mal. Nein. Guck mal. Was denn? Hier. Hier. Was denn? Ja, es geht weiter. Oh, ich dachte, hier ist auch eine Kiste oder so. Wow, nur auf Kisten aus. Ja, immer gucken, ob du die Wand durchhauen kannst, ob dahinter was ist oder so. Nee. Okay. Ich bin nicht so ganz schlafen. Oh, oh, oh. Ein Freund. Oh, Karl. Oh. Geh. Fabi, geh. Ich bin nicht böse. Ich bin der Held. Der Beste. Ja, du bist der Held. Der Held. Fabi, du musst nochmal Held gehen. Regieren die auf dich? Nee, wenn der auf dich aggro ist, dann bleibt der auch auf dich aggro. Achso. Hallo, Fuchs. Guck mal. Hier ist, hier ist, hier ist Gold. Ja, ich will aber kein Gold. Ich will nur Kisten. 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 Ah, hier ist überall Eisen. Krass. Willst du jetzt die Lisbeth holen? Ich meine, er nennt mich nicht umsonst Lisbeth. Oh, ich brenne. Nichts ja, der kleine Lisbeth. Das war ich doch nicht. Hat doch hinter diesen Skelett langgekommen. Ja, genau. Ja, was ist das da, was gerade auf dich schießt? Oh Gott. Ich sag doch. Also, Fabi, ich will ja nicht sagen, aber ich hab irgendwie ziemlich viel unnötiges Zeug dabei. Ich hab's dir gesagt, dass da ein Skelett ist. Du hast mir nicht geglaubt. Können wir nicht irgendwo ne Kiste machen? Ne Kiste machen? Dann mach doch selber ne Kiste. Du hast doch genügend Holz. Hier ist überall Holz. Guck mal an, hier ist überall Holz. Kannst du es mir runterhacken? Was? Schwarz, hast du den verstanden? Ich verstehe noch nicht. Deine... Ist das eine... Ist das eine Skloosh? Nein, das ist keine Skloosh. Nein, Skloosh, genau. Warte, warte. Hast du gerade meine Fackel weggemacht? Nein. Wer war das dann, bitteschön, ja? Das Skelett. Ja. Also so dünn bist du auch nicht. Hä? Oh. Boah, hast du mich mit der Axt gehauen, oder was? Nein, weiß ich nicht. Uiuiuiuiui. Uiuiui, ich brauch deine Hilfe. Nö, das ist... Ich muss essen. VBG, VBG. Oh. Heldner. Komm mal her. Moment, ich muss kurz die Melone essen. Ne, die Kartoffel. Du bist... Das ist Melonenbrot, okay? Dann passt das wieder. Du bist Heldenhaft. Moment, da ist Nonskloosh um die Ecke gewesen. Es kommt. Nimmst du das bitte jetzt mal. Moment, ich muss kämpfen. Ich muss kämpfen. Ja, was muss ich annehmen? Äh. Den Faden? Ach, danke. Nein. Hä? Ich hab dir gerade ein Kompliment und du hast es nicht angenommen. War das Faden... War der Faden ein Kompliment? Nein, davor hab ich dir ein Kompliment gesagt. Welches war denn das? Ich stelle hier eine Kiste hin, okay? Weil ich hab sehr, sehr viel unnötiges Zeug dabei, ja? Okay, okay. Also wenn du auch unnötiges Zeug dabei hast, kannst du es jetzt hier ablassen. Es ist deine Chance. Ne, das ist okay. Wo ist die Kiste überhaupt? Ach, da vorne bist du. Ich schreib mir mal ganz kurz die Kartenarten, auch weil ich kenne sie. Also, warum lesbelst du so? Was war... Hä? Facklein? Doch. Nein. Ich war gerade voll in meinen Fantasien und Träumen. Allein. So. Gehen wir weiter. Warte mal, ich hab die Fackeln da gelassen, oder? Fabi, hast du noch Fackeln? Ich mach gerade neue Fackeln. Oh, verdammt. Ich hab dich... Wir haben doch genug Eisen. Äh. Du brauchst keine Fackeln für Eisen. Andersrum. Äh, ich wollte sagen, wir haben doch genug. Ah, ich seh jetzt fast nichts. Äh, genug. Was brauchst du an Kohle? Also, ich hab jetzt 13, ich glaube. Fackeln? Ja. Reicht. In welche Richtung magst du gehen? Weil ich denke mal, wir wollen Kisten. Das heißt, wir müssen den Spinnis folgen. Meinst du? Ja, weil dann kann da ein Spornner sein. Ah, ne, das sind ja gar keine Kisten. Oh, Achtung. Creepa. Ich pass auf. Komm, ich rette dich. Ich rette dich. Zu spät. Wow. War das schon so? Oh, oh, eine Hexe. Oh. Cool. Endlich jemand, der mich macht. Aber ich weiß nicht wo. Cool. Da. Ausgemooft. Ich will halt immer wieder. Geh weg. Hast du mich gerade geschlagen? Nein, ich hab die Hexe geschlagen. Du hast mich geschlagen. Die Hexe. Das ist doch noch dasselbe. Wow. Wow. Jetzt checke ich's. Wow. Weißt du. Oh, warte mal. Guck mal, wo wir hier sind. Wow. Da hoch. Ich will da hoch. Du wolltest gerade irgendeine Beleidigung sagen. Nein. Du hast mich als Hexe beleidigt. Aber wo war das für eine Beleidigung? Wo war das? Wir sollten uns aufteilen. Das ist nicht nett im Gegensatz zu uns. Besonders. Oh, ich hab was getrunken. Was denn? Kies. Kies. Oh, toll. Fabi. Fabi? Ja, was denn? Also, ich hab Kies aufgemacht. Und hinter Kies. Oh, die zwei Skelette. Ich hab aufgemacht. Ach komm, da warst du jetzt Angst? Nein, da waren die Skelette drin. Das sind zwei Creeper. Egal, easy. Oh, ich bin fast tot, sehe ich gerade. Ja, dann ist was. Mach ich schon. Ist was. Hier müssen doch irgendwo Kisten sein. Oh, ich bin gerade irgendwie abgekommen von da. Und schon. Manchmal. Ich bin hier gerade... Okay. Nee, unterwegs. Das ist ja nicht mehr der Dungeon hier. Das ist auch kein Dungeon. Wir müssen... Dann gehen wir nochmal zurück. Weißt du, dieses Kreisding, da war noch ein anderer Eingang. Da war ein Steine. Wir sollten uns einfach irgendwie aufteilen. Das finden wir schon irgendwie dann. Ja, okay. Aber ich... Ich glaube jedenfalls in einem anderen Ausgang. Dieser Ausgang fällt mir nicht einfach ein Eingang. Aber... Super, jetzt gehen wir doch wieder beide den selben Weg. Pass auf. Bist du jetzt ernsthaft reingelaufen? Nein. Guck mal, Fabi. Hier ist Gold. Was denn? Du kannst da einfach runterspringen. Ja, toll. Und jetzt? Jetzt baue ich mich natürlich wieder hoch, weil ich hier gar nicht runter soll. Ach Gott. Oh, ein Zammel. So war es so gut. Perfekt. Das ist ein. Aber wir haben ja echt einen langen Weg, aber irgendwie... Ich brauche mehr Fackeln. Kommst du mal mit deinen Fackeln nach? Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Oder nee, dann flippe ich mir einfach immer die drei... äh, die zwei letzten ab. Gehe dann wieder nach vorne und setze sie dann da hin und flippe dann wieder die zwei letzten ab. Das ist voll aufwendig. Also hier haben wir wieder zwei Wege. Ich brauche dich mal hier. Wo bist du denn? Ich habe hier auch was ganz interessiert. Mal gucken. Okay, dann laufe ich zuerst mal hier lang. Hey Skelett. Hey Skelett. Wir schießen. Oh, Fabi. Fabi, Fabi. Ich bin, glaube ich, ziemlich weit weg. Fabi, ich bin tot. Fabi. Wow. Was denn? Hier geht es ewig weit runter. Wo bist du denn? Gut. Bist du gar nicht? Ich sehe doch immer noch deinen Namen. Ja, aber ich habe gerade rangekratzt. Also soll ich lieber zu dir? Ja, komm lieber mit. Was war denn das jetzt? Was hast du gemacht? Ich, ich recycle Fackeln. Ich habe doch noch welche Folge mehr einfach. Aber ich dachte, wir trennen uns. Ja, lass uns mal hier zusammen untergehen. Auf Fackeln zu recyceln. Fackeln, Recycling bei Juju. Hier unten geht es weiter. Kommt dann. Ist das jetzt zu Ende? Ja. Ja, das sieht so aus, oder? Hm. Okay, gehen wir wieder zurück. Wobei? Mal gucken, wie das sieht. Nee, da unten ist, glaube ich, nichts. Doch, eine Höhle, aber. Hm. Naja, wir wollten ja keine Höhlen. Nee. Wir wollten Kisten. Ich brauche einen Name Tag. Ach gut, ich dachte schon gerade, wo ist man unter Wasser rosa. Aber ich habe es noch nicht. Ach, hier geht es auch weiter. Noch eine Hexe. Endlich meine Familie. Oh, sie hat was gekauft. Was hat sie denn? Rang der Heilung. Guck mal. Bist du verletzt? Hier. Hörst du, hier sind allmliche Zombies in der Wand, oder? Ja, guck mal. Guck mal, ich habe was für dich. Oh, eine Healing Potion, danke. Habe ich dir die ganze Zeit auch gesagt? Mit Direktheilung, doch habe ich. Oh, oh, Achtung. Ich habe immer noch diese, ich habe immer noch Wither auf mir, also ich kann aber immer noch nicht kämpfen. Geh da weg, du hast beschossen. Jujo. Du hast beschossen. Ich kann gar nicht kämpfen, ich habe ein halbes Herz, deswegen würde ich dir gar nicht helfen. Ja, aber die wirkt ja nicht, so lange ich Wither habe. Jetzt habe ich sie, sie ist leer. Oh, oh jetzt, nee, jetzt war es für mich, glaube ich. Aber ich komme ja nicht weg. Ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir. Oh, ein Herz, ein Herz, ein Herz. Oh, das war knapp. Ich habe auch mit meinem letzten bisschen HP, habe ich es umgehauen. Das bleibt mein Teamwork. Das war heldenhaft jetzt, aber wirklich. Ja, komm her. Soll ich dich mal schlagen? Nein, hör auf. Komm her, komm her. Geh bloß weg. Du kriegst dafür was. Ich will dir nichts, geh bloß weg. Nein, ich, warum denkst du hier was? Denkst du, ich bin so herzlos? Moment, von da kommen wir. Ich wollte mich nur bedanken. Das ist lieb von dir, aber das brauchst du wirklich nicht. Ich weiß nicht, wo hier Sachen sind. Wir verlaufen uns hier voll. Und wir haben nichts gefunden bisher. Ich will ja. Na ja. Juju? Ja. Lauf mal da geradeaus und dann nach links. Hier, zu mir. Da vorne laufen wir einfach mal links. Oh. Genau, das dachte ich mir auch gerade. Genau so habe ich auch reagiert. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020